Nein, ihr seht nicht doppelt, sondern richtig. Ja, wir sind Valerie und Violetta und wir spielen eine Rolle, Lucy. Da Lucy ja im Film nur eine Person ist, müssen wir genau gleich aussehen. Man muss auf jeden Fall sehr genau arbeiten. Die Kriburen müssen halt sehr identisch sein. Also viele können uns nicht auseinanderhalten. Man verwechselt uns oft und fragt dann auch immer, wer bist du und wer bist du. Aber wir haben da auch Spaß mit. Sie ist mein Duvel. Nein, sie ist mein Duvel. Die Violetta hat ein bisschen ein schmaleres Gesicht und auch eine schmalere Kopfform. Aber am Verhalten oder so kann ich es nur nicht sagen. Privat kann ich die schon unterscheiden. Aber wenn dann beide im Kostüm sind und geschminkt sind, dann sind halt beide Lucy. Ich kann die nicht unterscheiden. Also ich kann sie nie auseinanderhalten. Also wirklich nie. Jeden Kfchen-Tipp. Ich freue nach Powerade Und wenn man dreht anz. Geist an Tecwarabe. Untertitelung des ZDF, 2020